Entspannung, Träume, Abenteuer. Im Erlebnisbad findet jeder Besucher etwas nach seinem Geschmack. Egal ob entspanntes Bahnenschwimmen oder ein Ausflug mit der ganzen Familie. Die Holstentherme in Kaltenkirchen ist mehr als einen Besuch wert. Eine neue Attraktion ist der Urlaubspool Piskina del Sol, der im Außenbereich eröffnet wurde. Aber auch die zahlreichen Kurse vom Frühschwimmen über Schwimmkurse bis hin zu Aquafitness bieten für jedes Alter abwechslungsreiches Vergnügen. Wie der Name schon sagt, Piskina del Sol, wir versuchen natürlich ein bisschen die Karibik in den Norden zu holen. Und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen, hier mit einem 200 Quadratmeter lichtdurchfluteten Wintergarten mit echten Palmen und einem Außenbecken mit 32 Grad, was ebenerdig ist, einfach so ein bisschen Urlaubsatmosphäre vermitteln soll. Wir haben hier ganz Wert drauf gelegt auf sehr effiziente Technik nach den neuesten Maßstäben. Und so wurde unter anderem auch eine Ultra-Filtrationsanlage verbaut, die eben gewährleistet, dass man mit relativ wenig Chemie das Becken hygienisch einwandfrei bekommt. Wir werden karibische Hütten bauen, so wie hier drinnen, wie wir die Karibik vermitteln wollen. Nehmen wir das auch im Außenbereich, also mit karibischen Hütten. Auch echten Palmen, die sind jetzt alle noch im Winterlager, schönen Liegeflächen. Wir werden auch ein paar geckige Sachen einbauen, sodass man wirklich hier einen rundum schönen Urlaubstag verbringen kann. Übrigens, die Aqua-Fitnesskurse halten fit und gesund. Gerne helfen die Berater der Holstentherme bei der Wahl des richtigen Kurses. Auch in den Bereichen Wellness, Sauna und Fitness haben Kunden eine große Auswahl.